Ihr seht den Freunde fürs Leben Bartalk. Bei mir zu Gast Oliver Kolecki, dem wir jetzt auch die gefürchtete Rubrik Gesichtsgymnastik um die Ohren hauen. Das war schon ganz gut. Das war schon ganz gut für Verzweiflung. Verzweiflung, ja. Aber da habe ich noch ein paar ganz andere Dinge. Jetzt bin ich gespannt. Also, es geht los mit Traurig. Verzweiflung, kaufig, glücklich, ängstlich, ja, das war's. Ja, du sah voll ängstlich aus. Äh, wütend. Erschrocken. Äh, weißt du, nö, nö, ich muss meine wieder lockern. Ja, klar, weil sonst sieht erschrocken genauso aus wie wütend. Achso, erschrocken. Ja. Erschöpft. Entspannt. Eigentlich ist das so ähnlich wie erschöpft, aber, ähm, äh, entspannt, entspannt. Ja, doch. Ja, mega entspannt. Erregt. Oh, das ist unglaublich schwer. Erregt. Erregt bin ich immer mit den Fingern. Oh, ich bin ständig erregt, Alter, immer vorm Auftritt. Mhm. Aber wie bin ich denn dann, wenn ich erregt bin? Das war ein erregtem Gesicht. Scheiße. Ähm. Ja, genau, ich bin so konzentriert, erregt's konzentriert. Ja. Ja, dann kommen da nebenher noch einen, ähm. Was mit Leid, danke. Nee, du hast hier jetzt wirklich fast alle weggebombt, wie nichts gut ist. Ähm. Nachdenklich. Boah, dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Ja. Dankeschön. Dankeschön, ich bedanke mich. Gott sei Dank. Ich hatte echt Angst vor. Du hast es eigentlich mit deinem Besten gemacht, oder? Ach komm. Nee, jetzt ohne Scheiß. Also ich hab jeden Ausdruck erkannt. Aber lustig, nachdenklich ist immer so oder so. Ja, ne? Ja, mein Kopf, äh, Denken, ich fasse mir an den Kopf. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Ja.